Der Mistkerl wollte offenbar das Kommando über meine Leute. Ich war hart zu ihm, ja. Es kam nicht mal überraschend. Ich tat dasselbe, als ich in seinem Alter war. Er tötete seinen Vater? Wo ist er jetzt? Er ist zwar ein Mistkerl, aber er ist mein Mistkerl. Ich werde dir nicht helfen, Nare. Dann hilft mir sein Dolch. Hey! Der gehört mir! Hey! Komm, Junge. Wir gehen. Viel Spaß. Dann kommt das. Ich bin drin. Ich bin drin. Ich bin drin. Es geht nicht. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.